ähm hey Leute und willkommen zu einem kurzen Ankündigungsvideo und ich fehl grad durch die Gommelobby weil das halt buggt eh ich denke mal ihr kennst vielleicht nehme ich mich so schnell runter jetzt dachte ich schon ich wäre reinkriegt worden aber egal ähm ich möchte ich nur sagen dass morgen das erste Video meiner neuen Fifa Serie kommt ähm ihr könnt da gerne eine Bewertung da lassen weil ich habe glaube ich mit Aufnehmen und Schneiden mehr als drei Stunden dran gesessen ich habe heute noch mal die Musik eingefügt und werde eigentlich nur mein kleines Vorwort vorschneiden und ja ähm das ganze schon glaub ich zwei Monate her als ich das aufgenommen habe deswegen sehe ich dann noch ähm das FIFA vor einem halben Monat rausgekommen ist obwohl es ähm ja mittlerweile schon ich glaub drei Monate her ist ich weiß gar nicht ähm drei Monate müssen es ungefähr sein und ja ähm naja wobei zweieinhalb eher und ja jetzt kommt meine erste FIFA Serie extrem schnell hahaha und ja zwei Feuern sind schon aufgenommen gewesen ähm eine ist geschnitten die zweite werde ich dann schneiden die zweite werde ich mein nächstes lieber in die nächste Woche kommen und mehr wollte ich eigentlich nicht sagen ähm ich hoffe ihr freut euch drauf und dann bis morgen dann soll Phone